Jetzt müsste man einen Knopf haben. Und alles bleibt, wie es ist. Frau Becker, uns ist von der Volkspolizei Ihr Verfahren übergeben worden. Mit dem Vorschlag, gegen Sie Anklage zu erheben. Nach Paragraf 229 des Strafgesetzbuches. Bis bald. Ist das was Ernstes oder bloß so? Ich weiß ja nicht, ob es mich überhaupt will. Ob ich eine Weile warte? Ja. Oh Mann. Wenn du vorher gewusst hättest, wie dusselig ich sei, kann, hättest du mich nicht genommen. Du bist nie dusselig. Ich weiß ja nicht, ob ich die Weile warte. 입니다. Und immer warte. B Guinea-B psychisch- kalen kann es sich mal in der Stirten.